Jetzt war Leonard Moser bei mir, der noch bei mir unter Vertrag steht, hat sich einfach eine Woche schon auf die Vorbereitung vorbereitet. Also das ist dann auch ein Top-Profi, der sagt, ich will nicht bei Null anfangen im ersten Test, ich will schon mal eine Woche hier ordentlich trainiert haben.